So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, ein neuer Tag, ein neuer Shop. Ich würde sagen, wir quatschen auch gar nicht. Wir gehen mal gerade einmal schnell durch, was alles drin ist. Also einmal der Marius mit wieder zurück. Den habe ich mir damals auch geholt als eine der wenigen Skins, die ich mir da wirklich mal gekauft habe. Weil sonst spare ich ja doch meine V-Bucks auf, außer ich habe keinen Bock mehr auf Fortnite. Dann kommt alles raus. Auf jeden Fall Finsterbomber wieder zurück. Donnerrohrs, Klüfe der Dunkelheit, sehr schöner Kleider. Dann das ganze Grabes-Feder-Paket mit Skin, Pickaxe, Kleider und passendem Rücken auch zwar. Ja, nur wenn du den Skin holst, dann kriegst du auch das Rücken auch zwar dabei. Also für 2-3 kann man eigentlich nichts sagen. Dann haben wir das Loach-Paket, habe ich ja komplett. Einmal der Schlachtenhund, die Highland-Krieger-Lirnd, Silberzahn, benutze ich gerade ziemlich oft die Pickaxe. Dann Sturmsiegel, ihr wisst ja, für mich ist es immer wie ein OG-Kleider. Dann Glitzer-Gaul immer noch drin, Beast-Pilot, Kate, ne Gage. Dann die 4 Emotes. Immer noch, gut. Bim, bim, hat gefühlt auch jeder. Ja, verschwitzt das erste Wart. Also noch Rage-Kid mit drin. So, dann ist das Schattenschlag-Paket komplett drin. Einmal mit, also insgesamt mit 3 Skins. Ja, siehst du, ist doch getrennt. 3 Skins. Einmal der, der Nachtkanonier und der Schatten-Märchen-Anführer mit jeweils dem passenden Rücken-Accessoire. Dazu gibt es dann nochmal einzeln zu kaufen. Einmal, ne, zwei Pickaxe. Für 800, 800 und 500 V-Works. Ja, komplett schwarz ist halt nie gut in Fortnite. Ist leider so. Dann Balenciaga auch noch komplett drin. Dann die ganzen Tänze. Copyright, mein Urgrußvater. Dann dreh die Musik auf. Auch noch alle Skins mit drin. Dann nochmal das Paket jeweils zu haben. Das Neon-Team auch noch drin. Die sind auch noch drin. Dann dreh die Musik auf. Also die Musikgeschichte könnte jetzt langsam auch wieder rausgehen. Dann haben wir das Starter-Paket, wie gesagt, drin. Mesh-Pro-Paket. Aufstieg der Schatten-Paket. Tech-Zukunft-Paket. Und das Minz-Legend-Paket. Denkt dran, wenn ihr mich supporten wollt, gerne mit yt-femd-eck. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch einen schönen Wochenstart. Und haut rein.